Du weißt dein Leben lang, dass du auf Männer stehst. Für mich ist das neu. Beruhig dich, ja? Ja, nee, nicht, wenn du so ein Mist redest. Ich hab Familie. Das bedeutet Verantwortung. Ich weiß. Ja, wie? Und trotzdem tust du so, als wäre mit einem Finger schnippst alles in Ordnung. Oh, leider geht's aber ganz schön ab draußen, oder? Und Herr Lüder ist ganz allein in seiner Laube. Was ist das? Ein Check? Klar, wenn er gedeckt ist. Natürlich ist er gedeckt. Ja, wir müssen es ja nur bis zum Auto schaffen. Ja, komm, lass mal Gas geben, bevor der stoppt. Haben sie zufällig was von Lördes gehört? Ist sie noch nicht hier? Leider nicht, ich kann sie nicht erreichen. Was denn los? Das ist mein Leben. 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 Wieder nichts? Nee. Ich hab ein blödes Gefühl. Na, das hätte ich auch, wenn mir ein weggelaufener Hund die Versöhnung versaut. Oh, Entschuldigung. Berger? Der Sturm wird immer schlimmer. Wenn Jördis Betty auf dem Gut gesucht hat, dann ist sie bestimmt bei ihrer Freundin untergekommen. Niemals. Wenn ihr bei Franka wäre, hätte sie sich längst bei mir gemeldet. Wir machen uns auf den Weg. Wir müssen dringend in die Notaufnahme. Die sind komplett unterbesetzt und bei dem Wetter kommen bestimmt viele Unfälle rein. Okay. Die arme Betty. Ich hoffe, Frau Kilitsch hat sie gefunden. Bestimmt, Frau Jansen. Machst du auch mit? Ja, natürlich. Geht's Ihnen gut? Natürlich geht's mir gut, aber ich möchte nach Hause. Frau Jansen, ich nehme Sie natürlich mit. Sehr lieb. Danke, Britta. Fahrt ihr auch bei mir? Ich würde selbst fahren. Ich muss noch mein Dienst-Tablet aus der Wohnung holen. Gut, dann fahre ich bei Klaas mit, ja? Naja, Frau Kilitsch und Betty sind sicher längst zu Hause. Wenn das so sein soll, rufen Sie mich an, ja? Ja, sofort. Fahrt vorsichtig. Ach, schrecklich. Siehst du, ich glaube, das Vereinsheim brennt. Ja, Dahlmann, hallo. Am Kleingartenkolonie, da ist der Blitz eingeschlagen. Entschuldigung. Kleingartenkolonie Goldene Scholle. Ja. Genau, vorne das Vereinsheim am Parkplatz. Ich glaube, da... Wie meinen Sie? Menschen? Ich weiß es nicht. Ich habe kein... Ja, alles klar. Ja, verstanden. Wiederhören. Ähm, okay, die Feuerwehr kommt. Sie haben gefragt, ob da noch jemand drin ist. Der ältere Herr, der uns vorhin entgegengekommen ist. Der wird ja wohl nicht mehr hier sein, oder? Der war auf dem Weg, seine Laube zu sichern. Aber ich glaube, der ist dann erst ins Vereinsheim gelaufen. Brennt das richtig? Ich sehe jetzt keine Flamme, aber so ein Schwebrand ist doch genauso gefährlich. Hoffentlich ist die Feuerwehr bald da. Ja, die haben doch im Moment genug zu tun. Ja, Simon, ne, ey, was hast du vor? Ne, ich werde jetzt darüber gehen und gucken, ob da jemand Hilfe braucht. Bist du verrückt? Simon, nein! Soll ich jetzt dabei zugucken, wie da drüben jemand verbrennt, oder was? Bleib hier, Simon! Simon! Das ist doch der Wahnsinn! Simon! Ähm, nee, also ich, ich weiß nicht. Nicht einmal 18? Aber das kann doch nicht sein, ich schon wieder, also... Keine Ahnung. Guck. Oh nein, Frank, op! Gucka! Also wenn wir jetzt schon mit offenen Karten spielen, dann können wir auch gleich der Passions liegen. Ich habe euch gesagt, dass ich nur solitär kann. Hast du eigentlich eine Elementarversicherung? Für das Hotel und für den Gutshof, man gönnt sich ja sonst nichts. Und du für die Gärtnerei? Telefon. Ja. Hey, Ben. Ist bei euch auch der Strom ausgefallen? Ach so. Dann ist das nur bei uns so, ja. Ja, natürlich, wenn du niemand anderen findest. Klar. Du bist erlöst. Ich muss auf Luis aufpassen. Ben hat einen Feuerwehreinsatz. Tja, selber schuld. Ja, ich sitze hier gerade mit Franka und mit Gunther. Mhm. Okay, ja, ich... Gut, Ben, ich mach mich gleich auf den Weg. Ja, tschüss, bis gleich. Tja, dann richte dich auf eine lange Nacht ein. Bei dem Sturm hat die Feuerwehr sicherlich alle Hände voll zu tun. Ich fahr da schon mal in den Wagen vor und bring dich zu Luis. Danke. Bitte, wartet hier. Boah, ich war ihm so zu danken. Ich hab die ganze Zeit nicht an Amit gedacht. Ich hoffe, ich ist er gut in seinem neuen Stall eingekommen. Mhm. Hm? Danke. Ich hätte so gerne auf Luis aufgepasst, wenn sein Vater nicht so ein Idiot wäre. Naja, ist das nicht jeder nach einer Trennung? Ja, aber deswegen lasse ich das doch nicht an anderen aus. Wirklich nicht. Respekt. Na gut, ich... Ich bin jedenfalls nicht ganz so verletzend wie er. Okay. Du bleibst schön drin heute, ja? Sonst fliegst du noch weg. Das sagt die Richtige. Passt auf euch auf. Ja. Oh. 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 Okay, ähm, ja. Wir hatten gehofft, sie sind beide wieder zurück. Ja. Ja, ich sag Klaas Bescheid. Okay, ciao. Britta? Nichts? Ich bin mir sicher, Jördis und Betty geht's gut. Okay? Klaas, wir müssen jetzt los. Britta sagt, alle Fettungsfahrzeuge sind draußen. In einer halben Stunde bricht in der Not auf nur mit die Hölle los. Wenn ich mir vorstelle, dass Jördis immer noch da draußen rumläuft, bei dem Wetter. Ach komm, in dem Sturm auf gar keinen Fall. Entweder hat sie Betty gefurten, oder sie hat die Suche abgebrochen. Und warum geht sie dann nicht ins Telefon? Vielleicht hat sie kein Netz bei dem Sturm. Das kann doch mal passieren. Außerdem, wenn Jördis sich was in den Kopf setzt, dann zieht die das durch. Die gibt nicht einfach auf. Ist das nicht Betty? Ganz alleine? Ich glaube, sie hat sich losgerissen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt... Okay, komm. Wir gehen jetzt. Simon? Schast du's? Simon? Simon? Ja, ja, Leute. Komm. Geh, geh, geh. Okay? Komm, mach, mach. Hey. Komm, weiter. Okay, ich glaube, er lebt. Ich muss noch mal rein. Nein. Doch, Lotte. Wir wissen nicht, ob da noch jemand drin ist. Ich muss... Nein. Nein. Oh Gott sei Dank. Ist jemand verletzt? Ich glaube, er lebt, aber... Nur bewusstlos. Er hat noch Fulst. Wir wissen nicht genau, ob noch jemand im Haus ist. Und Sie fahre mitten in die Klinik. In der Raufvergiftung ist nicht zu spaßen. Was mit Ihnen? Okay, mir geht's gut. Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Ab hier übernehmen wir. Stefan? Ja? Wir müssen doch noch mal rein. Alles klar. Und die anderen Jungs sollen die Lauben checken. Es kann sein, dass da noch Personen drin sind. Okay, Personensuche und Brandbekämpfung. Ja. Angriffsdruck zur Brandbekämpfung. Mit Staubfahrt, zum Bekämpfung. Nein, ganz froh. Ja, ich bin jetzt aber auch gelaufen. Oh, es war noch mal zu. Es war noch so. Es war noch nicht so. Es war auch noch nie so. Dasselbe, wenn du das auch geliebt hast. Aber es war noch nie so. Ich warte dir. Wenn du das auch lachen musst, ich will einfach nicht so kurz. Es ist toll. Deine Jungs ist jetzt so. Hey, ich habe Licht gesehen. Willst du deinen Laden einfach nicht alleine lassen? Du, ich weiß nicht, ob wir einen Überspannungsschutz haben und ich wollte die ganzen Gerätestecker ziehen. Brauchst du Hilfe? Danke, geht schon. Okay. Du entschuldige, dass ich dich so angeblufft habe. Ach, ja. Ist ein sensibles Thema. Jeder erlebt es anders. Wie war das bei dir früher? Also, als du dich geoutet hast? Naja, ich wusste schon immer, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle. Und trotzdem war es verwirrend und ich war verunsichert, anders zu sein. Meine Mutter hat viel gearbeitet, um uns durchzubringen und hat nichts gemerkt. Bei Franka natürlich. Sie hat mir passende Kinderbücher vorgelesen. Also, zwei Papas für Paul und... Robert und sein rosarotes Rennrad. Einfach nur, um mir zu zeigen, egal wie ich bin, das ist in Ordnung. Und in der Schule war ich der Womanizer. Weil alle Mädchen in meiner Nähe sein wollten. Aber natürlich nur, weil ich harmlos war. Und mit 14 habe ich mich dann geoutet. Wie haben die anderen reagiert? Naja, zuerst befremdlich und verunsichert, aber dann war es okay. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, in einer Großstadt aufzuwachsen. Und die Familie? Valery war einfach nur neugierig. Die hat mir tausend Fragen gestellt. Aber meine Mutter hat sich Vorwürfe gemacht. Also nicht, weil sie ein Problem mit meiner Homosexualität hat, sondern, naja, sie hat sich Sorgen gemacht, dass mein Leben jetzt schwierig wird. Aber sie hat sich geirrt. Also natürlich gibt es den einen oder anderen Idioten, der homophobisch Sprüche bringt, aber die prallen inzwischen an mir ab. Für mich war es eine Befreiung, zu mir selbst zu stehen. Ich bin nicht wie du. Zum Glück. Ich stand mein Leben lang auf Frauen. Und plötzlich... Ich weiß nicht mal, stehe ich jetzt auf Männer? Oder stehe ich nur auf dich? Immer wenn ich versuche, darüber nachzudenken, geht es drunter und drüber. Ja, mein Kopf, mein Bauch, es dreht sich. Es wird schlimmer. Ich soll nach Hause. Oh, ganz schön weiter Weg bei dem Betto. Du, meine Wohnung ist doch viel näher. Ich hab ein Chili auf dem Herd und im DVD-Regal Commander Skybrave. Klingt verführerisch. Dabei war es so gar nicht gemeint. Becky? So war diese Kraft her. Oh, ich hab sie. Ja, ja, ja. Oh, Frau Janssen, hallo. Gott sei Dank, ja, um Gott. Ja, Betty, ja, was war denn? Ja, meine Liebe. Ist sie verletzt? Nein, nein, sie ist putzmunter, aber kräftig wie ein Rottweiler. Ja, sie war einfach ein bisschen störrisch. Sie wollte gar nicht mitkommen. Ach, du kleine Ausreißerin. Wo hat Frau Kielisch sie denn gefunden? Na ja, gar nicht. Betty haben wir gefunden vor Klaas Haustür. Klaas, wir müssen jetzt auch los in die Klinik. Ach. Immer noch nichts Neues von Jördis? Nein. Von Jördis habe ich nichts gehört. Ja, aber sie muss sie ja gefunden haben. Sie muss ihr doch die Ersatzleine angelegt haben. Und dann hat Betty wahrscheinlich sich losgerissen und ist weggelaufen. Denn Hunde reagieren doch panisch auf Gewitter und Blitz und Donner und so weiter. Oder ist das irgendwas passiert? Ach, meinst du? Betty! Wo willst du denn hin? Sie hat nichts. Sie will einfach raus. Betty, komm, vergiss es. Betty. Was willst du? Vielleicht willst du uns was zeigen? Ach, vielleicht. Aber Klaas, wir müssen jetzt los. Ich muss vorher wissen, was mit Jördis ist. Geh du in die Klinik. Ich komme nach, soweit ich kann. Was ist das? Warte, 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 warte. Willst du jetzt mit Betty raus in den Sturm oder was? Wozu denn? Um zu suchen oder was? Genau das habe ich vor. Sehr gut. Man muss Jördis doch finden. Komm. Komm, Betty. Komm. Jördis. Komm. Jördis. Stefan, den Schwillbrand im Vereinsheim haben wir im Griff. Und Kalle, wie weit seid ihr? Der Baum ist schon weg. Danke dir. Okay, dann nehmen wir uns jetzt die restlichen Laumen vor. Und, wurde noch jemand gefunden? Bis jetzt nicht. Zum Glück, dass die Kanne übernachtet normalerweise. Außer Herr Lüder, aber der hat sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Ja. Herr Dahlmann, Sie sind hier im Weg. Gehen Sie nach Hause. Ich kann doch jetzt nicht nach Hause gehen. Dann stellen Sie sich in der Laube von Herrn Lüder unter, okay? Ich würde ganz gern helfen. Also, was kann ich tun? Das ist ein Einsatz. Sie haben keine Ausbildung. Das ist viel zu gefährlich. Gehen Sie doch bitte weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Wenn das noch mehr werden, dann versperren wir uns die Rettungswege. Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Weg nicht. Ich mache den Weg frei. Herr Dahlmann, warten Sie. Nehmen Sie die. Alles klar, Chef. So, können Sie bitte ein kleines Stück zur Seite gehen. Hier gibt es wirklich nichts zu sehen. Einfach da weiter runter gehen oder hier vorne. Bitte nicht filmen. Gehen Sie bitte einfach ein Stück weiter. Jetzt. Das ist ein Dreckswetter. Das war voll abgefahren. Spaziergang war eine dumme Idee. Du hast mich auch immer wieder von dir überreden lassen. Hast du den fliegenden Aufsteller gesehen? Ja. Der hätte dich auch erschlagen können. Oh, Elias. No risk, no fun. Ich dachte, das Thema wären wir durch nach einem bescheuerten Sprung von der Aussichtsplattform. Das war aus Frust. Ja. Weil ich keinen Leistungssport mehr machen kann. Aber jetzt weiß ich, was für Vorteile ich davon habe. Dank meiner Familie. Ich will was erleben. Seit wann bist du so langweilig? Sonst warst du doch immer der mit den durchgeknallten Ideen. Die meisten davon waren ziemlich bescheuert. Ja, aber lustig. Fandest du es lustig, als ich das Geld unserer Eltern verzockt habe? Nein, das natürlich nicht. Ich kam mir in dem Moment so clever vor. Ich habe einfach die Vernunft ausgeschaltet und gemacht. Alle anderen waren mir egal. Auch Mama und Baba. Ich habe nur die Kohle gesehen. Das glaube ich dir nicht. Ich habe nur daran gedacht, das Geld für Celeste dringend zusammenzukriegen. Zum Glück hat sich die Sache mit Celeste und ihr erledigt. Und das Risiko habe ich komplett ausgeblendet. Es war einfach nur dumm und egoistisch. Wie die meisten Aktionen von mir. Also ich habe keine Kohle, die ich verspielen könnte. Also. Mann, Leyla, darum geht es doch gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Da haben wir den Schauer ja perfekt abgeworfen. Zum Glück hatten wir unsere Schutzschirme. Ach, so ein bisschen Wasser, das erschreckt doch ein Marsianer nicht. Genau genommen ist Commander Skybrave gar kein Marsianer. Sein Heimatplanet ist Eran. Ja, aber er ist in einer Marskolonie aufgewachsen. Ja. Erinnerst du dich noch an die Geschichte mit dem Zeit-Tunnel? Ja, klar. Das war doch die beste Folge. Als die Busfahrerin sich mit dem Kuss bei ihm bedanken wollte. Er aber dachte, sie greift ihn an. Ja. Ich sage es dir. Ab 2040 gibt es nur noch Cybersex. Darauf können wir uns schon mal einstellen. Meinst du? Das wäre doch irgendwie schade, oder? Ohne die Berührung und die Zeitlichkeit. Wo denn ihr mit? Ich nehme das. Du siehst die übrigens eh nicht. Commander Skybrave. Rauf. Ach, die. Die Augen und das Flächeln. Mann, war ich verknallt. In wen? Ohne die线. Ohne die Hände. Untertitelung. BR 2018 Das ist pures Zuckerwasser. Das weißt du, oder? Ich darf jetzt essen und trinken, was ich will. Alter, was für ein Wetter. Ja, wild und wütend. Passt für mich. Ich dreh mal nicht wieder so auf, Leyla. Ich dreh nicht auf. Ich bin so. Okay, akzeptier's. Sie können natürlich alles, was Sie hier bestellen, direkt auf Ihre Kikad schreiben lassen. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt brauche. Oh hey, wieder in der Stadt? Nur kurz. Kleine Familiensachen. Kennen Sie sich eigentlich schon? Mhm. Hannes Lieder? Sehr erfreut. Ilyas Kilitsch. Und das ist meine kleine Schwester, Leyla. Oh. Hallo. Verletzung, ja? Ja. Dass du wieder auf dem Kleinen rumreiten musst, das ist ja echt arm. Ja, vielleicht braucht Ihr Bruder das. Ja, hey. Wollen Sie sich zu uns setzen? Ja. Ich muss leider arbeiten. Äh, wohnen Sie hier im Hotel? Ah, brain freeze. In die Stirne atmen. Was? Mit der Kraft des Geistes können Sie jeden Schmerz besiegen. Aber Sie stehen hier. Ja. Übung macht der Meister. Zeigen. Oh, ja. Eine Eis-Challenge. Äh, wir brauchen mehr Eiswürfel, bitte. Nein. Oh nein. Jaris. Jaris zur Aufführung. Ich habe solche Sorgen. Ich bin verletzt. Könntest du den Fuß bewegen? Ja. Den Arm auch? Vorsichtig, komm. Vorsicht. Ah. Ich bin besser. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir lieben sich. Komm, bitte. Los. Was soll das? Was treiben Sie denn da? Gesichtsgymnastik. Je wärmer der Muskel, desto kleiner der Kelteschock. Was wird das jetzt? Die Eiswürfel müssen gleich groß sein, sonst ist das nicht fair. So. Also. Hier kommen die Regeln. Eiswürfel aufnehmen. Kontakt zwischen Gaumen und Zunge herstellen. Halten. Und dann auf mein Kommando zerbeißen. Und das Ganze ohne eine Mine zu verziehen. Verstanden? Schon mal gemacht? In Bhutan im Schnee meditiert. Nackt. So. Möge der coolere gewinnen. Eiswürfel aufnehmen. Kontakt zwischen Gaumen und Zunge herstellen. Und halten. Bis jetzt noch keine Regung. Respekt. Na, Elias? Zeig doch mal den Trick mit dem Brain Freeze. Und zerbeißen. Loser. Beide. Oberschirminfraktur. Ruhig stelle dein Apfung Röntgen. Los geht's. Hendrik? Ja? Wir kriegen gleich einen Notfall rein. Hast du Zeit? In 10 Minuten. Ich habe noch eine Plasmunde, die ich erst versorgen muss. Hast du alle abtelefoniert? Alle Kollegen? Hat niemand mehr Zeit? Nein, niemand. Wo bleibt eigentlich Klaas? Aber für ihn, der macht sich mit Frau Kellisch nicht einfach noch schön ab. Das sieht nicht danach aus. Oh, eine Kastikolamin-Infusion und Wärmepäck. Schnell! Was ist passiert? Akute Hypothermie. Mit Verdacht auf Schädung und Rundschrauber. Sofort ins MRT. Wo hast du die gefunden? Irgendwo im Wald. Keine Ahnung, wie der ganze Schlag. Atmung? Etwas abgeflacht. Du schaffst das. Mit dir? Jetzt gucken wir uns erstmal hier den Kopf an. Hey. Bitte. Geht's dir gut? War das falsch? Fühlt es sich für dich denn so an? Ich weiß nicht. Es war aufgelenkt, aber... Aber schön. So. Und jetzt? Wie wär's mit Chili und Commander Sky Brave? Ich glaub, ich soll nach Hause gehen. Warum? Du kannst doch hier übernachten. Entschuldige. Hallo? Frau Berger? Wie geht's dir? Ja, ich komm sofort. Alles klar, bis gleich. Ich muss ins Krankenhaus. Die Hörtes hatte einen Unfall. Ist das schlimm? Gehirneschütterung und Unterkühlung. Tut mir leid. Ich melde mich, ja? Ja. Ja. Ich lach doch mal. Oh, Ben. Na? Ich dachte, du kommst gar nicht mehr nach Hause. Äh, ja. Hätte auch passieren können. Auf der Rückfahrt wäre ich fast eingeschlafen. Gott. Eine kleine Mauswitz. Weißt du, wie gefährlich das ist, sich müde an Steuer zu setzen? Deshalb bin ich auch nicht selber gefahren, sondern hab mich von einem Kollegen hier absetzen lassen. Ja. Ja, der Sturm hat echt heftige Schäden angerichtet. Aber hier bei euch alles gut? Hier war alles bestens, oder? Und ich kann endlich Skat spielen. Ah, okay. Und, oh, dankeschön. Luis auch, oder wer war euer dritter Mann? Das ist ja lustig. Ich muss los. Ich muss Kino abholen. Ja, wir spielen da kleine Maus. Danke, dass du eingesprungen bist. Natürlich. Kann ich dich allein lassen, oder? Möchtest du lieber schlafen und ich mach Luis ein Glück? Nein. Du kannst nicht von dir. Ich mach das schon. Ja, dann muss ich einkaufen, Luis in die Kita bringen und... Dann gehst du aber hoffentlich schlafen, oder? Wenn ich den Kundentermin in der Werkstatt verschieben kann? Wenn es das alles gerade ganz schön anstrengt. Also, setz dich. Ich mach das. Es nützt ja nichts. Sitzen gelassen und alleiner ziehen, das ist jetzt mein Alltag. Weißt du was? Na? Kopf hoch. Das wird sich auch alles einspielen. Das darf doch nicht wahr sein. Was? Mein Vermieter kündigt mir die Werkstatt. Hä? Weil die Stadt die Fläche entsiegeln will. Können die das so einfach? Ja, das hört sich so an. Sag mal, entsiegeln? Ist das nicht das Spezialgebiet von Franka? Was mach ich denn jetzt? Du bleibst ja jetzt sitzen, trinkst dann Kaffee und ich kümmere mich jetzt um Luis. Es war wirklich unglaublich. Das war perfekte Teamarbeit zwischen Rettungskräften, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei. Alle Hand in Hand. Da war kein Wort zu viel. Das lief so ineinander. Das war die perfekte Teamarbeit. Unglaublich. Apropos kein Wort zu viel. Ich mach mal Kaffee. Willst du auch? Ja, gerne. Ich würde allerdings kurz fünf Minuten einmal die Augen zu machen. Ich brauch einmal... Oh Gott. Einmal kurz Ruhe. Du bist übrigens mein Held, Simon. Ist es dir schon klar, oder? Ich mein, du hast einfach einen Menschen gerettet. Simon? Ich hoffe, sie konnten ihre dekadente Nacht für uns trotzdem ein bisschen genießen. Ja, natürlich. Darum muss ich auch so schnell wie möglich hier wieder raus. Sonst bin ich für das einfache Leben ganz verdorben. Okay, also. Einmal eine Übernachtung, die Getränke aus dem Kalas und einmal Macadamia-Nüsse aus der Minibar. Ja, also, da bin ich schwach geworden. Geld kann eben auch Spaß machen. Ja, besonders Spaß hat mir der gestrige Abend gemacht mit den Geschwistern Kilitsch. Ja, ich habe schon von ihrer Eis-Challenge gehört. Ah, ja. Also, was kostet so ein Eiswürfel? Keine zwei Cent. Na ja, Geld macht nicht glücklich. Das werde ich das nächste Mal meinem Vermieter sagen, wenn er die Miete eintreiben will. Mal sehen, was er dazu sagt. Ist das nicht ein bisschen viel? Ziehen Sie das von der Rechnung ab und den Rest spenden Sie. Wie spenden? An wen denn? Na, an irgendeine Hilfsorganisation oder an einen guten Menschen, der es nötig hat. Herr Lüder, welch seltener Gast. Nur ausnahmsweise und nur für eine Nacht. 50.000 Dollar? Ja. Sind Sie sicher, dass Sie das spenden wollen? Ja. Ihr Freund Ritschi hat sicher gewollt, dass Sie sich selbst etwas Gutes tun. Gutes tun tut gut. Behalten Sie den. Ihr sturmbedingter Aufenthalt im Hotel geht aufs Haus. Danke, aber... Kein aber. Herr Lüder, es ist mein Herz des Angelegenheit. Danke. 50.000 Dollar schick loszuwerden, ist gar nicht so einfach. Ihre Probleme hätte ich gerne. Eine Zeit lang geschafft. Ich glaube, ich bin in den letzten 5 Stunden um 5 Jahre gealtert. Mein Schatz, du bist wunderschön. Danke für die Wunde. Also der eigentliche Star der Nacht war Betty, oder? Betty sollte vielleicht eine Ausbildung zum Rettungshund machen. Frau Kilitsch hatte wirklich einen Schutzengel. Ja, ich weiß nicht, ob ich Klaas so nennen würde, aber okay. Die beiden verstehen sich gut, oder? Inzwischen, glaube ich, auch privat. Mhm. Was? Komm mal her. Komm mal her. Ich habe dich heute beobachtet. Wobei? Britta, du bist eine unglaubliche Frau. Mit dir das hier alles schaffst, in der Klinik und bei uns zu Hause, mit der Familie. Bist für alle deine Freunde eine Stütze. Woher kommt denn das auf einmal? Mir ist heute wieder klar geworden, was für ein Glück ich mit dir habe. Und dass es nicht selbstverständlich ist. Britta Berger, Sie sind meine absolute Traumfrau. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Leila, nicht so doll. Pass auf Mamas Kopf auf. Sorry, ich bin nur froh, dass es dir einigermaßen gut geht. Mir geht's mehr als einigermaßen gut. Und gleich nach der Visite mache ich einen Spaziergang im Park. Ich muss hier mal raus. Kann ich verstehen. Krankenhaus ist echt Öle. Als Patientin ein bisschen, ja. Was für eine schräge Nacht, oder? Mama erfriert fast im Wald und wir machen eine Eis-Challenge. Ganz schön makaber. Eis-Challenge? Ja, ich zeig dir später das Video. Naja, der Elias war ganz schön uncool. Der Schamane aber auch. Was? Schamane? Wo warst du eigentlich zu der Zeit, Baba? Ja, welche Zeit? Ach, Baba, tu nicht so. Als Mama den Unfall hatte. Ach so, ja. Ich wollte die Wäscherei bei dem Unwetter nicht allein lassen. Ja, einfach Kabel ziehen und gut ist? Die sind alles heil geblieben. Da ist ja der Lebensritter. Äh, Entschuldigung, ich... Es war ja eigentlich Bettys Verdienst. Das war echt groß von Ihnen. Sie hat recht. Danke. Gerne. Kommt, wir lassen nicht zweimal. Nein, nein, bitte bleiben Sie. Ich komme später wieder. Schön, dass es dir gut geht. Ja. Schön, dass Sie hierhin sein. Oh, Herr Lüder, moin. Ah, hallo, Herr Lüder, Mann. Da ist ja der Held der goldenen Scholle. Ja, Sie haben sicherlich auch schon vom Blitzeinschlag gehört. Ja, und dass Sie dem Herrn Osterberg das Leben gerettet haben. Ach. Doch. Da hat sich mittlerweile rumgesprochen. Und, dass sich alle jetzt bei Ihnen und Ihrer Schwester mit einer Einladung zum Essen bedanken wollen. Ja, das ist sehr nett, aber ich glaube, der größte Dank, der war schon die vergangene Nacht. Hm? Herr Lüder, kennen Sie das Gefühl, wenn Sie in einem Team arbeiten, in dem alle daran interessiert sind, anderen Menschen zu helfen? Oder anders. Ich glaube, ich habe mich sehr, sehr lange nicht mehr so sinnvoll gefühlt wie gestern Nacht. Na ja, das muss ja nicht bei dem einen Mal bleiben. Das wird es auch nicht. Hoffentlich. Ah, ich würde das ganz gern für Sie übernehmen. Nein, danke, sehr freundlich. Ich habe Frau Gerinner die Schuhe besolden. Ja. Und, äh, haben Sie sich schon bei der Feuerwehr vorgestellt? Äh, nee, aber ich denke, dafür bin ich auch überhaupt nicht fit genug. Sicher? Also, nicht jeder Held muss ein Adonis sein. Wichtig ist die richtige innere Einstellung. Schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Nur weil ein paar Bänke über den Platz geflogen sind, können wir jetzt eine Woche lang nicht mehr trainieren. Ich beschwere dich bei deinem Vater. Ich habe gerade das andere Problem. Ah, perfekt. Zu Ihnen wollte ich gerade. Mit bestem Dank zurück. Du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr? Nicht ganz, aber ich durfte freundlicherweise gestern mithelfen. Hey, ähm, hol dir schon mal deinen Pausensnack. Dann fahre ich zur Schule, okay? Das haben Sie übrigens gut gemacht. Ja, völlig angstfrei und selbst unter Stress noch klar und strukturiert. Gut. Ja, sowas brauchen wir. Hm? Wie wär's? Interesse? Achso, nee. Ich glaube, das funktioniert leider nicht. Ah, ja. Das kann ich verstehen. Ist ja doch ein ziemlich zeitaufwendiges Ehrenamt. Und Sie sind ja gerade dabei, sich beruflich neu zu orientieren, oder? Hm. Ja, wobei, was das angeht, bin ich eher orientierungslos. Und die Zeit ist jetzt auch nicht das Problem. Es ist... Ja? Ich hab MS. Aber das scheinen Sie ja nicht groß zu beeinträchtigen. Ähm, nee. Das kommt eher schubweise. Hm. Und so ein Schub, der kündigt sich an, oder fallen Sie dann spontan aus? Nee, ich hab schon sowas wie eine Vorlaufzeit. Ach, okay. Ja, dann setzen Sie mal einen Einsatz aus. Wo ist das Problem? Ach so, das wäre theoretisch wirklich möglich, das... Na klar. Ja, und die hier bekomme ich übrigens sauber zurück. Bei der Feuerwehr herrscht Ordnung, Kamerad. Okay, dann mal Abfahrt. Mhm. Ach so, und Aufnahmeanträge gibt's online. Komm. Ja. Tschüss. Ciao. Herr Kielitsch. Alles in Ordnung? Wie man's nimmt. Das Leben ist manchmal verrückt. Ja. Ja, allerdings. Und wenn man dann merkt, wie schnell alles vorbei sein kann, dann besinnt man sich erst wieder auf das, was einem eigentlich wichtig ist. Familie. Ja, stimmt. Und meine Familie ist inzwischen wirklich groß. Mit meinem Ex-Mann und Hendricks Ex-Frau. Das gehört für mich alles dazu. Tatsächlich? Mhm. Ja, Freunde gehören für mich auch zur Familie. Für mich nicht. Familie ist Familie. Und Freunde. Ja, heute auch eine neue Liebe. Das ist zweitrangig. Entschuldigen Sie bitte, ich bin seit 48 Stunden auf den Beinen. Aber es hat sich gelohnt. Ja, das geht's gut. Danke. Gerne. Ich bin jetzt aber auf dem Weg nach Hause. Wollen Sie mitfahren? Wollen Sie noch zu Ihrer Frau? Danke. Ich lauf gern ein bisschen. Okay. Schönen Feierabend. Danke. Oha. Hat der Sturm zugeschlagen? Kann ich irgendwie helfen? Das ist eigentlich mein Text. Hosen melken, Narzissen. Oh, Lavendel kann ich empfehlen. Wirkt beruhigend. Ah. Ähm. Mein Vermieter hat mir die Werkstatt gekündigt. Ja, das Bauamt will die gesamte Fläche entsiegeln. Und Carla meint, dass Sie da Spezialistin sind. Ja, ich plane und konzipiere Entsiegelungsflächen. Das stimmt. Ah, okay. Dann wissen Sie, also dann kennen Sie die Behörden und wissen, wie man das hier stoppen kann. Was? Naja, das. Das alles. Ich muss meine Werkstatt behalten. Ja, das ist meine Existenz. Das Genehmigungsverfahren ist leider abgeschlossen. Also, es geht jetzt nur noch darum, welche Landschaftsarchitektin oder welcher Landschaftsarchitekt das Projekt ausführt und dann geht's los. Aber die können mich doch nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Die Einspruchsfrist ist vor zwei Wochen abgelaufen. Aber eigentlich sollten die Betroffenen ausreichend vorher informiert worden sein, also... Ja, der Brief ist doch gerade mal... Der ist doch von... von... vor vier Wochen. Ja, das kommt hin. Oh, der Stress mit Tina und die Kids, das... Das ist mir durchgerutscht. Ich hatte ja keine Ahnung, sonst hätte ich Ihnen Bescheid gesagt. Ja, ich habe mich auf das Projekt beworben und ich wusste, dass es um Ihre Werkstatt geht. Und Sie haben mich nicht gewarnt? Ich... Ich bin davon ausgegangen, dass Sie Ihre Post öffnen. Ah! Nia? Hey, Mo. Du, ich habe mir schon Sorgen gemacht, als keine Antwort kam. Ich habe deine Hemden fertig. Oh, danke. Wie geht's, Joris? Leichtige Hirnenschütterung und noch ein bisschen Schlepp von der Unterkühlung. Ist noch mal alles gut gegangen. Dr. Jäger hat sie im Wald gefunden. Ja, eigentlich wäre das mein Job gewesen. Ach, Mo. Nein, das ist meine Aufgabe, für meine Familie da zu sein. Und diese Aufgabe möchte ich erfüllen. Ja. Daran zweifelt doch keiner. Leila braucht jetzt ihren Vater. Und sie braucht mit Sicherheit nicht Diskussionen über meine emotionalen Verwirrungen. Nennst du das jetzt so? Nein. So nenne ich das natürlich nicht. Ist das wegen gestern Abend? Was? Nein. Ich habe das auch genossen, Julius. Aber vielleicht war es zu früh. Ich muss jetzt für meine Familie da sein. Das mit uns, das muss warten. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Sicher. Ganz wie du willst. Danke noch mal. Hey. Was ist noch hier? Du hast zwei Stunden früher angefangen. Ja, gut, aber ich bin noch kein Halbmarathon mit einer Frau auf dem Arm gelaufen. Hast du sie wirklich die ganze Strecke getragen? Ich hätte sie ja noch viel weiter getragen, um ihr zu helfen. Sie da so liegen zu sehen, das war schon heftig. Luisa? Auch. Und jetzt? Wie geht es mit euch beiden weiter? Musst du Jördis fragen. Tempo und Richtung, das stimmt sie. Warum? Weil es kompliziert ist. Alles. Die Familie, ihr Mann. Gibt es denn eine Chance, dass die beiden wieder zusammenkommen? Nein, glaube ich nicht. Gut, aber dann ist es auch nicht kompliziert. Du liebst sie, sie liebt dich und wenn wir heute eins gelernt haben, dann ist es anbekommen. für sie auch gerne schon zum Morgen. Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke. Sie können gut mit den Ladies, mh? Die Damen lieben mich. Und? Haben Sie schon Nebenwirkungen von unserer Challenge? Sie? Aber das Video ist wirklich lustig geworden. Ich wollte es auf meinen Blog posten. Ist das okay für Sie? Ah, Sie, Sie bloggen? Ja, toll. Spannend. Geht so also. Ich verdiene dadurch ein bisschen extra Geld. Geld, Geld, Geld. Immer das blöde Geld. Kann man nicht einfach nur Spaß haben? Ohne Zweck und Ziel? Ich muss erst mal meine Schulden abbezahlen, dann kann ich wieder Spaß haben. Aha. Was ist passiert? Woran liegt's? Ich hab mit den Rücklagen meiner Eltern spekuliert und das ist daneben gegangen. Es war nur leichtsinnig und egoistisch. Ich mein, stellen Sie sich das mal vor. Meine Eltern mussten extra Nebenjobs annehmen, um klarzukommen. nur weil ich meiner verschnoppten Freundin mit einer schnellen Extra-Rendite einen Gefallen tun wollte. Ich war so ein Idiot. Betonung liegt auf wahr. Aber jetzt klingen Sie nicht wie ein Idiot. Ich mein, das Lehrgeld muss ich wahrscheinlich bis zu meiner Rente zurückbezahlen. Sorry, dass ich so viel rede. Ich bin eigentlich auch nur selber schuld. Ein Sicht verkürzt die Buße. Ich glaube nicht, dass Sie bis zum Rentenanfang studieren sollten. Die Finanzwelt hat Betriebswirte mit Anstand und Gewissen dringend nötig. 50.000 Dollar? Wie geht's dir? Gut. Danke. Ich hoffe, dass Dr. Vogel mich heute entlässt. Ja, vielleicht beruhigt es ihn ja, wenn er weiß, dass du in medizinischer Begleitung bist. Bin ich das? Ja, ob du willst oder nicht. Das klingt ja wie eine Drohung. Das ist ein Versprechen. Ja. Gunther, ich freue mich so auf dieses Projekt. Mein eigenes, kleines Business. Es ist nicht dein erstes, du hättest bereits ein Restaurant. Mhm, harte. Das mit Klaas und mir, das fühlt sich richtig an. Das ist ruhig. Und bei dir? Ach, klar, nicht so einfach. Ich bin da, wenn du reden willst. Herr Eilers, ich fahre auch mal mit einem Mann zusammen. Wie soll ich es ausdrücken? Er hatte Probleme, sich an die Regeln zu halten. Letzten Endes sind wir ja alle irgendwo kleine Egoisten. Ja, das stimmt. Es fragt sich nur, wie viel Egoismus sie bei Amelie tolerieren können. Das ist ein Brief von Diana. Verschriften. Sie will mich zu ihrer Nachfolgerin aufbauen. Also als eine Art Co-Trainerin eben. Ich soll mit nach Paris.